Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachbander. Schön, dass ihr da seid. Mein Ziel ist es immer, dass ihr auf meinem Kanal auch wirklich was lernt. Und deswegen möchte ich euch erstmal zuerst fragen, auf was für Arten von Videos hättet ihr denn Lust? Was ist ein Thema, wo ihr sagt, das habe ich nie so richtig verstanden und dazu hätte ich mal ganz gerne ein Video? Schreibt das bitte in die Kommentare, denn ich bin immer dankbar um Anregungen und Wünsche von euch. Deswegen ab an die Tasten und schreibt mal in die Kommentare, was für eine Art von Video ihr gerne sehen wollt. Mit diesem Video heute starte ich eine neue Serie und zwar instruktive Klassiker. Ich werde in dieser Serie klassische Partien der Schachgeschichte vorstellen und zwar insbesondere solche, bei denen ich sage, da gibt es wirklich was zu lernen. Die haben einen Mehrwert, da wird auf irgendeine Weise schön gewisse Schachprinzipien gezeigt. Und was ich euch empfehlen kann als erstes, wenn ihr wirklich am meisten daraus ziehen wollt, dann bevor ihr jetzt das Video anfangt, haltet das Video an, holt euch ein Schachbrett, baut euch zu Hause das Schachbrett auf und spielt die Züge mal mit und versucht dann die Aufgaben, die ich euch gleich stelle, am Brett zu lösen. Denn wenn ihr selbst denkt und wirklich darüber nachdenkt, über diese Fragen, dann arbeitet das Gehirn wirklich und dann könnt ihr wirklich euch noch mehr verbessern, als wenn ihr das jetzt einfach so nebenbei schaut. Deswegen meine Empfehlung, um am meisten aus diesen Videos zu ziehen und Besonderes aus dieser Serie jetzt, holt euch ein Brett, baut euch das auf, nehmt euch Zeit. Das ist natürlich ein anderes Thema, man braucht Zeit dafür. Das dauert dann natürlich länger als diese Videozeit selbst, aber dafür macht ihr gleich Training und lernt wirklich was und habt die Chance euch zu verbessern. Die erste Partie, die ich euch hier zeigen möchte, das ist mit Weiß hier, Boleslawski gegen Litzin und wir schauen mal in diese Partie rein. E4, C5, wir kriegen hier Sizilianisch aufs Brett. Springer F3, D6, Tausch, Tausch. Springer F6, das ist der offene Sizilianer, das ist hier alles Hauptvariante. G6, damit sagt Schwarz ganz klar, er will die sogenannte Drachenvariante spielen, in der man seinen Läufer eben hier 4-in-schettiert. Werde ich jetzt nicht groß weiter darauf eingehen, denn diese Sizilianische an sich ist natürlich schon kompliziert genug und darum soll es hier auch gar nicht gehen. Wir schauen uns allerdings mal den weißen Aufbau an, Läufer E3, F3 und damit D2. Und jetzt meine erste Frage an euch, was ist der weiße Plan in dieser Stellung? Mit diesem Aufbau verbunden ist immer ein Plan und das ist immer das Entscheidende, oft in der Eröffnung, dass man nicht nur weiß, welche Züge man macht, sondern dass man die damit verbundenen Pläne kennt. Denn, wenn ich einen Plan habe, dann kann ich das danach wie so ein Muster im Prinzip abspulen. Wenn mein Gegner diesen Plan nicht verhindert, dann kann ich danach die Züge meines Plans einfach runterspielen und muss nicht bei jedem Zug überlegen, was mache ich denn jetzt. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich und deswegen sollte man hier so einen Plan kennen und deswegen meine Frage an euch, was, wie lautet hier der weiße Plan? Wenn ihr ihn, haltet immer gerne das Video an, immer um die Fragen zu beantworten, gerne eben auch an eurem Brett. Wenn ihr den Plan nicht kennt und den auch nicht gefunden habt, dann stelle ich Ihnen jetzt vor, der weiße Plan ist relativ simpel, Königsangriff. Ich verdeutliche das mal, indem ich jetzt für Schwarz ein paar sogenannte Nullzüge mache, also einfach nur eine Figur hin und her ziehe, damit wir eben sehen, was weiß macht, wenn Schwarz jetzt nichts machen würde. Sagen wir, Schwarz zieht jetzt immer nur seine Springerhände her. Unser Plan lautet lange Rochade. Dann, ganz wichtig, wir wollen gleich hier angreifen, Läufer H6. Warum immer erst Läufer H6? Wenn man direkt H4 spielt, kann Schwarz immer noch H5 spielen und versuchen, das alles so ein bisschen zu verlangsamen. Was wir jetzt vorhaben, deswegen ist es gut, immer erst Läufer H6 zu spielen, um diesen H-Bauern auch festzulegen. Wir wollen jetzt den Läufer abtauschen, den Verteidigungsläufer, und gleichzeitig danach die H-Linie öffnen. Und dafür haben wir natürlich auch lang rochiert. Unser König steht jetzt an der anderen Seite und unser Turm bleibt in der H-Linie. Das ist natürlich perfekt für den Angriff. H4, H5, dann tauschen wir hier ab, irgendwann tauschen wir auch hier ab. Und dann kommt Dame H6. Dafür steht die Dame auf D2 natürlich auch richtig. König E8 und Dame H8, Matt. Das war jetzt natürlich sehr einfach, weil Schwarz sich nicht gewährt hat, aber das wäre so der tendenzielle Plan. Schauen wir uns an, was in der Partie passiert. Schwarz spielt Springer C6, weiß rochiert lang. Und Schwarz tauscht jetzt hier. Und damit hat natürlich Schwarz schon den weißen Plan so ein bisschen, was heißt ruiniert. Aber es ist klar, dass Weiß jetzt diesen Plan nicht so einfach schafft. Und damit Schwarz auch wirklich verhindert, dass Weiß hier einfach kostenlos angreift, muss er natürlich auch selbst angreifen. Und deswegen kommt jetzt hier Dame A5. Jetzt seid ihr wieder dran. Weiß am Zug. In dieser Stellung hat jetzt, gibt es ein, ja das ist eigentlich relativ deutlich, dass es mit der beste Zug ist. Ein sehr logischer Zug. Versucht man herauszufinden, was Weiß in dieser Stellung gespielt hat. Haltet das Video gerne an. Ich verrate es euch. Wenn man lang rochiert, ist es fast immer irgendwann gut dazu, König B1 zu spielen. Und gerade in dieser Stellung, der Springer deckt nur noch den A2. Irgendwann wird der A2 sehr eng. Also wenn wir zum Beispiel H4 spielen, dann kommt jetzt schon Läufer E6. Und dann seht ihr, da hängt eben schon der A2. Und wenn wir den jetzt decken, dann kommt der Tor in die Ziellinie und so. Also wir werden uns eh um den A2 kümmern müssen und deswegen spielt Weiß jetzt schon mal in weiser Voraussicht. Das nennt man auch so ein bisschen Prophylaxe. Man macht oder deckt oder kümmert sich um die Sachen, bevor sie kritisch werden. Den Angriff dazu kommen wir hoffentlich eh. Und das ist jetzt auch nicht entscheidend, ob wir jetzt H4 spielen oder nicht. Und ihr seht ja auch jetzt dauert das ja auch alles ein bisschen. H4, H5 oder erst noch G4. Das ist jetzt nicht so entscheidend, dass wir jetzt diese Züge machen. Da können wir uns lieber erstmal die Zeit nehmen, auch einen Verteidigungszug zu machen. Denn der schwarze Angriff kommt auf jeden Fall auch. So, schwarz spielt jetzt E5. Greift diesen Läufer an, aber E5 hat auch Nachteile. Und das ist jetzt meine nächste Frage an euch. Welche Nachteile hat E5? Mir würden hier zwei Nachteile einfallen. Haltet wie immer das Video an bei den Fragen. Ja, was ist der Nachteil von E5? Er lässt diesen schwachen Bauern D6 zurück, der natürlich schon in unserer Linie steht, wo unsere Figuren draufstehen, in der D-Linie. Und oft verbunden mit so einem schwachen Bauer, der auch rückständig ist, ist ein schwaches Feld auf D5. Und das sind jetzt die beiden Nachteile von E5. Und die Frage ist, inwieweit wird sowas greifen? Jetzt muss natürlich unser Läufer weg. Und jetzt ist schwarz am Zug. Und ihr seid jetzt wieder dran. Und ihr könnt ja mal versuchen herauszufinden, was schwarz hier gespielt hat. Baut euch, wie gesagt, am besten die Stellung auf auf dem Brett. Und versucht mal aus eurem Gefühl, einen Zug zu finden für schwarz. Worauf ich jetzt hinaus möchte, und was jetzt eben wichtig ist in so einer Stellung, ist es schon klar, dass schwarz jetzt eigentlich so ein bisschen Gegenspiel sucht und angreifen möchte. Und er hat bestimmt nicht E5 gespielt, damit er jetzt diesen D6 decken muss. Also wenn er jetzt sowas spielt wie Torm D8, dann kommt irgendwie sowas wie Springer B5, geht weiter auf diesen Bauern drauf und dann werden vielleicht die Damen getauscht. Dann ist der Angriff ziemlich weit weg von schwarz. Und weiß kann dann bequem gegen diesen schwachen Bauern spielen. Und das möchte schwarz natürlich nicht. Schwarz hat es bestimmt nicht so gespielt, um jetzt hier passiv diesen Bauern zu decken. Sondern er will hier aktiv spielen und spielt deswegen hier Läufer E6. Geht auf diesen A2 drauf. Wenn hier damit die 6 jetzt kommen würde, ihr seid wieder dran, gibt es jetzt hier schon ein gewisses, was würdet ihr hier ziehen als schwarzer. Man hat erstmal einen Bauern geopfert, aber man hat jetzt gewisse Möglichkeiten. In der Partie kam das nicht, deswegen weiß ich nicht, was schwarz jetzt gespielt hätte. Es hätte jetzt einige Lösungen gegeben. Turm C8 auf jeden Fall, logisch. Wahrscheinlich besser den Turm in die Ziele. Turm D8, der bringt tatsächlich gar nicht so viel. Dann kann man vielleicht sogar Dame A3 spielen. Die Damen tauschen, man hat ja mehr Bauern. Und der Turm da hinten ist noch gedeckt, alles safe. Und deswegen ein interessanterer anderer Zug. Also Turm C8 wäre auch gut gewesen. Turm FC8. Turm AC8 kann man auch machen. Allerdings ist dann die Frage, was dieser Turm macht. Ein anderer Zug, den man hier tatsächlich spielen kann, auch eine schöne taktische Lösung, ist Läufer A2. Mit der Idee, dass hier der Springer abgelenkt wird und man dann Turm D8 hat. Und jetzt ist da hinten der Turm nicht mehr gedeckt. Und man gewinnt hier Material als schwarzer. Also das wären jetzt Möglichkeiten gewesen. So ist es in der Partie nicht gekommen. Weiß spielt jetzt A3. Er kümmert sich schon mal um diese A2-Geschichten. Und jetzt hängt natürlich der D6 wirklich. Und deswegen spielt schwarz jetzt Turm D8. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt gewesen, wieder den Turm nach C8 zu stellen. Und sagen, nimm doch. Und ja, was spielt man jetzt als schwarzer? Ihr seid wieder dran. Ich werde euch hier eine ganze Menge Fragen stellen. Und ihr könnt immer versuchen, die Lösung zu finden. Es ist nicht immer eine konkrete Lösung. Im Sinne von, es gibt den konkret besten Zug. Hier gibt es ihn. Hier gibt es tatsächlich nur einen guten Zug. Und die Lösung lautet hier, dass man jetzt hier irgendwann seine Qualität hier opfern muss. Ganz klar, wenn man irgendwie da durchkommen will, dann muss man irgendwann opfern gegen diese Stellung. Und jetzt ist aber der Trick, dass man eben nicht den C3 nimmt. Sonst kommt sowas wie Dame C5 mit Damentausch. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, den Damentausch. Den müssen wir aus dem Weg gehen, weil wir haben ja was geopfert. Jetzt ist Läufer F8 hier die Lösung. Und dann, wenn die Dame jetzt weggeht, irgendwo hin, dann können wir jetzt den A3 nehmen. Und jetzt sieht man natürlich hier mit dem Läuferpaar zusammen und den Bauern hier, hat man natürlich jetzt eine Menge Kompensation. Und der Computer sagt, Schwarz steht hier auch schon auf Gewinn. Aber wir wollen jetzt gar nicht konkret jede Variante bis zum Ende durchrechnen. Es soll auch so ein bisschen um Gefühl, um Stellungsgefühl und Bewertungen gehen. Gut, aber das heißt, so ist es nicht gekommen. Schwarz spielt jetzt hier Turm die Acht. Weiß spielt Springer B5 mit derselben Idee wieder wie vorhin. Wir sehen, wir wollen vielleicht die Damen tauschen und wollen dann gegen diesen schwachen Bauern spielen. Und jetzt könnt ihr euch ja mal überlegen, was Schwarz hätte tun sollen in der Partie. Hier gibt es eigentlich nur einen richtig vernünftigen Zug für Schwarz, der das Ganze irgendwie noch spielbar macht, der aber in der Partie nicht kam. Die Lösung oder das Beste ist tatsächlich hier die Damen zu tauschen. Jetzt haben wir natürlich diesen schwachen Bauern, aber der kann jetzt vorgehen. Und der ist ja oft genug gedeckt auf D5. Und Springer C7 kann zwar kommen, aber den können wir angreifen. Und jetzt sehen wir, selbst wenn Weiß jetzt hier nimmt, können wir hier einfach alles rausnehmen und den dann irgendwie so nehmen und haben keine Probleme als Schwarzer tatsächlich. Wir haben auch keinen Bauern verloren. Weiß kann auch hier nehmen, aber trotzdem, wir haben keinen Bauern verloren und halten die Stellung zusammen. Weiß kann möglicherweise D nehmen. Das empfiehlt der Computer und sagt, jetzt hat Weiß einen Bauern mehr, aber zumindest ist das nicht ganz so dramatisch, dieser A7. Das wäre das Beste gewesen. Schwarz sagt sich aber, okay, ich will lieber die Damen auf dem Brett lassen und möchte lieber angreifen. So, die beste Weiße Zug wäre jetzt gewesen, mit dem Springer da rein zu hüpfen, um nach dem, jetzt seid ihr am Zug, was ist die Idee davon? Haltet das Video gerne an und versucht herauszufinden, was eigentlich die Weiße Idee hinter Springer C7 ist. Ich verrate euch, die Idee ist jetzt natürlich nicht, da irgendwo wegzugehen, sondern wir haben Läufer B5 und gewinnen die Dame. Ich weiß nicht, ob Weiß das nicht beachtet hat oder übersehen hat oder was anderes spielen wollte, aber deswegen Springer C7 ist ganz klar der beste Zug. Da Läufer B5 droht und den Turm hängt, kann sich Schwarz nicht um beides kümmern. Er muss sowas spielen wie A6 und jetzt können wir hier einfach den Turm nehmen und Schwarz kriegt auch kein großes Gegenspiel. Wir haben unser Königsschild relativ sicher, der Turm musste sich passiv hinstellen und hier hätten wir jetzt ganz bequem eine Qualität mehr und können sogar hier noch den D6 mitnehmen. Stattdessen spielt Schwarz einen sehr interessanten Zug. Er weiß C4 und Schwarz nimmt den weg. Und jetzt könnt ihr ja euch mal überlegen, was war denn die Idee von C4? C4 ist mit einer ganz konkreten, das ist ein Bauernopfer, aber er ist mit einer ganz konkreten Idee verbunden natürlich. Den hat jetzt Weiß nicht einfach so da eingestellt. Haltet das Video gerne an und versucht euch mal Gedanken über die Idee zu machen. Vielleicht habt ihr die Idee jetzt schon gefunden habt. Gut, ich mache nochmal ein, zwei Züge weiter. So, Weiß tauscht jetzt hier. Und jetzt, wenn ihr es wohin nicht gesehen habt, habt ihr jetzt nochmal eine Chance, euch nochmal Gedanken über die Ideen zu machen. Also die Idee war vorher schon das, was jetzt kommt, aber jetzt sieht man es vielleicht klarer, was macht Weiß jetzt? Was war die Idee hinter diesem Bauernopfer und diesem damit verbundenen Läufertausch? Ich verrate es euch. Wir haben, ja, vorhin schon erwähnt, E5 hat zwei Nachteile. Er schwächt diesen Bauern D6 und er schwächt dieses Feld D5. Und Weiß hat jetzt seinen Plan ein bisschen geändert und hat gesagt, okay, diesen D6, gut, den gewinne ich jetzt nicht, aber ich gehe dafür auf dieses schwache Feld. Und da haben wir natürlich noch einen Verteidiger, den Springer, und deswegen spielen wir jetzt Läufer G5. Die Dame geht weg, wir nehmen den raus und jetzt stellen wir den Springer dahin. Und dieser Springer ist halt eine absolute Bombe. Das ist eine Riesenfigur, das ist die beste Figur auf dem Feld, weil er steht hier im Zentrum auf einem guten Feld, auf einem sehr starken Feld, hat alles im Griff, schaut mal, der geht in alle Richtungen hier. Und vor allem, und das ist eben die andere Sache, die man bei so einer starken Figur beachten muss, sie kann nicht mehr vertrieben werden. Es gibt keine Schwarze. Schwarz muss, wenn er ein Tor und eine Qualität dafür opfern, damit er die jemals los wird. Es wäre anders, wenn Schwarz einen Springer hätte. Hätte Schwarz einen Springer, kann auch, egal wo der steht, dann kann er zumindest probieren, den irgendwo dahin zu bringen, um den Springer abzutauschen. Oder hätte Schwarz noch den Weißfeldring-Läufer. Auch wenn der jetzt woanders steht, dann hat Schwarz immerhin den Plan, den hierhin zu stellen und abzutauschen. Und damit diese starke Figur abzutauschen. Aber das hat er alles nicht mehr. Und damit wird dieser Springer einfach langfristig da bleiben. Schwarz spielt jetzt den. Und jetzt ist natürlich die Frage trotzdem, wie machen wir weiter als Weißer? Wir haben jetzt, es ist schön und gut, dass wir jetzt diesen Springer da haben. Aber das ist sozusagen immer nur ein Faktor. Wir müssen ja irgendwie vorankommen. Und jetzt könnt ihr euch ja mal überlegen, wie kann man denn seine Stellung hier weiter verbessern als Weißer? Ja, jetzt kommt der andere Faktor zum Tragen. Mit diesem Springer zusammen bietet es sich auch an, einen Königsangriff zu starten. Der Schwarze König steht ja hier. Wir haben vorhin schon so eine Pläne gesehen. Und zusammen mit diesem Springer wird dieser Angriff einfach nur noch stärker. Weil wenn später irgendwas geschwächt wird, dieser Springer, der ist einfach immer beteiligt am Angriff. Und deswegen lautet jetzt der Weiße Plan, hier irgendwie zu versuchen, die H-Linie auch wieder zu öffnen und diesen Angriffsplan, den wir vorhin gesehen haben, so ein bisschen fortzuführen. Was man nicht machen sollte, ist Torm C1 tatsächlich. Man könnte ja auch denken, man spielt in der C-Linie. Aber da hat man eigentlich erstmal gar nicht so viel verloren in der C-Linie. Und zum anderen gibt es halt den Nachteil, dass es hier Läufer H6 direkt gibt, taktisches Problem, auf das man achten muss. Deswegen spielt Weiß jetzt Samen E2, geht weg von den schwarzen Feldern. Sicherlich sinnvoll, um nicht in sowas reinzurennen. Schwarz spielt jetzt Läufer F8, verhindert Springer E7 und deckt den D6. Weiß spielt jetzt Dame F1. Ich schätze, die Idee von Dame F1 ist es hier, dass nach G3 die Dame nicht nach H3 geht. Man möchte ja, Weiß würde gerne in den spielen, aber nach Dame H3 kriegt man diese Dame nicht so gut weg und eigentlich wollen wir ja H4, H5 spielen. Und deswegen kommt jetzt hier Dame F1. Und das Schöne ist, wir haben ja auch Zeit als Weißer. Wir haben ja keinen Druck, wir stehen gut und Schwarz kann auch gar nicht so viel machen. Torm C8, G3 und jetzt könnt ihr gerne die Stellung anhalten. Was kommt jetzt? Weiß am Zug. Und das ist jetzt auch ein schönes Beispiel dafür, dass man seinen Plan oft auch mit Taktik umsetzt. Wir haben ja gesehen, dass unser Plan lautet, H4 zu spielen. Das Problem ist, dass gerade G3 hängt, aber der hängt gar nicht wirklich, weil darauf haben wir Torm A3. Und das muss man jetzt halt sehen, weil so kriegen wir jetzt unseren Plan beschleunigt. Schwarz dachte vielleicht auch, ich gehe nach G5, jetzt kann er gar nicht G4 spielen, weil er sich gar nicht H4 spielen, weil er sich um den G3 kümmern muss. Aber das geht doch H4, weil auf den einfach Torm A3 kommt und die Dame weg ist. Und damit gewinnen wir natürlich noch ein Tempo für unseren Angriff. Es kommt Dame H6 und wie machen wir weiter? Natürlich mit G4. Wir versuchen jetzt die Stellung irgendwie aufzuräumen. Schwarz spielt G5. Ja, sagen wir mal, Schwarz spielt A6. Wie würdet ihr jetzt weitermachen mit eurem Plan? So kam es ja nicht in der Partie, aber worauf ich jetzt hinaus will, darauf nochmal hinzuweisen, dass man jetzt, man will ja was öffnen. Man will die H-Linie öffnen und deswegen sollte man hier nicht unbedingt H5 spielen, weil dann kommt jetzt G5 und das macht es schwieriger zu öffnen. Also die stehen natürlich immer noch super. Schwarz hat hier jede Menge Felder, Schwächen und den schlechten Läufer und, und, und. Aber wir kriegen unsere H-Linie nicht mehr auf. Unser ganzer Plan, den wir eigentlich hatten, ist für die Katz. Und deswegen besser, wenn dann erstmal G5 spielen und dann H5. Und jetzt seht ihr, wir kriegen die H-Linie geöffnet. Also passt auf, wenn ihr Linien öffnen wollt, dass der Gegner das nicht blockieren kann. Es kam stattdessen ja, in der Partie kam ja G5, Schwarz versucht irgendwie ein bisschen was zu tun. Ein anderer Faktor natürlich, den ich wohl noch nicht so angesprochen habe, der Läufer, also im Vergleich, wenn man den Klinger mit dem Läufer vergleicht, der Läufer ist natürlich auch extrem schlecht, weil der hier überall auf schwarze Bauern greift. Insbesondere der Bauer auch E5, ne? Nochmal ein bisschen zurück, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, aber das ist tatsächlich ein Faktor, wenn der Bauer hier nicht wäre, das wäre besser für Schwarz, weil er dann mit diesem Läufer zumindest hoffen könnte auf Gegenspiel mit so einem Läufer, mit der langen Diagonale. Aber so ist natürlich auch der Läufer extrem passiv. G5 nimmt, nimmt. Ihr seid dran. Logischer nächster weißer Zug. Findet ihr bestimmt, haltet das Video an. Ich zeige es euch. Turm A5. Klar, wir aktivieren unseren Turm. Und jetzt, wie geht es? Weiter. Na, hier gibt es jetzt verschiedene Züge. Und Weiß spielt aber einen sehr schönen Zug, der gleich auf was droht. Ja, sehr hübsch. Kommen wir wieder zu der taktischen Lösung. Versucht das mal zu finden. Also gut sind auch sowas wie Dame H3 oder sowas, sind auch gute Züge. Aber Weiß spielt das sehr hübsch. Er spielt jetzt G5. Man könnte denken, der Turm hängt, aber jetzt sehen wir eben, wie stark dieser Springer ist. Der kann natürlich die Gabel machen. Und das droht jetzt sowieso. Springer F6 Schach droht. Nebst h7. Und deswegen kommt jetzt von Schwarz hier h6, um nicht da diesen h7 zu verlieren. Und jetzt seid ihr wieder dran. Weiß am Zug. Was spielt weiß? Ich verrate es euch. Wir nutzen diesen Springer ein. Ihr seht einfach wie stark. Auch wenn er jetzt nicht direkt gerade mitmacht, aber er ist immer indirekt beteiligt an unseren Taktiken, denn Turm h6 geht jetzt. Und der Läufer kann ihn nicht nehmen, weil da die nächste Gabel ist. Ja, dieser Springer ist unglaublich stark. Schwarz nimmt jetzt hier. Und weiß spielt jetzt einfach wieder Turm h5. Haben wir ja vorhin schon gesehen, dass das geht. Und Schwarz hat jetzt hier aufgegeben, aber wir können uns ja mal angucken, was gekommen wäre, wenn Schwarz jetzt den spielt. Aber wir wollen mal zusammen uns überlegen, wie man diese Stellung jetzt gewinnt. Versucht mal einen Plan zu finden für weiß, um diese Stellung zu gewinnen. Wir stehen super, ganz klar. Aber hier gibt es eigentlich einen Plan, der ziemlich straight forward ist und ziemlich schnell gewinnt. Und darum geht es ja auch, wie gewinnt man gute Partien. Das ist eine der schwierigsten Themen im Schach. Gute Partien zu gewinnen, das ist nicht immer so einfach. Und da hilft es natürlich, einen guten, effektiven Plan zu haben. Und den gibt es hier für weiß. Ich verrate es euch, die H-Linie. Wir haben ja nicht umsonst die H-Linie geöffnet. Und deswegen ist ein sehr effektiver Plan jetzt Dame h3 und Turm h3. und einfach in der H-Linie mal setzen. Zusammen mit diesem Springer hat Schwarz Probleme, Schwarz. Der Computer verteidigt sich dann noch irgendwie, indem man die Qualität gibt und noch ein paar Züge lebt. Aber das macht es natürlich nicht besser. Also Dame h3. Und der Computer sagt, die einzige Verteidigung überhaupt ist jetzt hier irgendwie die Qualität zu opfern. Ansonsten so, jetzt kommt schon Turm h1 und jetzt seht ihr Turm h8. Das wird schnell matt. Sagen wir mal so, ihr seid dran. findet das matt. Weiß am Zug. Nur mal jetzt noch mal kleine Taktikübung zum Schluss. Geht natürlich los mit Turm h8. So, und jetzt gibt es hier tatsächlich mehrere Wege, aber der schnellste Weg und deutlich effektivste Weg zum matt ist sehr schön. Man öpfert hier seinen Turm auf g8 und setzt damit der Dame matt. Dame h7 tatsächlich stattdessen führt nicht ganz direkt zum matt, weil der König hier rausläuft und dann setzt man nicht mehr so einfach matt. Deswegen, also was man natürlich noch mal machen kann, man kann auch immer so eine Zugwiederholung machen. Aber das ist tatsächlich auch der einzige effektive andere Weg. Deswegen nehme ich das zurück, was ich gerade gesagt habe. Es ist tatsächlich so, dass eigentlich nur Turm g8 wirklich schnell zu matt führt. Das andere muss man doch wieder diese andere Zugwiederholung durchführen. Man steht natürlich auch so super, aber so eine Stellung, schaut mal, materiell, man hat immer noch den Bauern weniger. Und man muss das erstmal jetzt nachweisen. Jetzt hat man zwar immer noch diesen super Springer, aber man setzt nicht mehr so einfach matt. Und dann, das wird schon deutlich schwieriger. Und deswegen sollte man in so einer Stellung eben versuchen, effektiv zu matt zu kommen. Ja, ich hoffe, ihr habt in diesem Video ein bisschen was gelernt. Das Thema dieses Videos, habt ihr gesehen, das Thema der Partie ist dieses Feld, schwache Feld d5. Und das zeigt sehr schön, wie man so ein schwaches Feld ausnutzen kann. Wie man so einen starken Springer nutzen kann. Ja, so ein starker Springer allein gewinnt die Partie nicht. Aber ihr habt gesehen, der Angriff verbunden mit diesem Springer, da hat man gesehen, wie stark dieser Springer ist. Und es war eben auch schön zu sehen, wie weiß diesen Plan hatte. Mit c4 hat er im Prinzip einen Bauern geopfert, um die Läufer zu tauschen, damit dieser Verteidiger weg ist. Und dann hat er mit Läufer g5 noch den anderen Verteidiger abgetauscht. Und so gab es keinen Verteidiger mehr für dieses schwache Feld. Und das hat er genutzt. Und ja, das kann eben eine Möglichkeit für euch sein, dass ihr in Partien anfangt, schwache Felder zu identifizieren. Dass ihr einfach mal darauf achtet, wo gibt es schwache Felder. Kann ich dieses Feld besetzen? Kann ich das ausnutzen? Das ist nicht immer möglich. Aber wenn das möglich ist, kann einem das einen Plan geben. Für die nächsten Züge sagt man, ich möchte dieses Feld besetzen. Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich meinen Springer dahin? Wie kriege ich vielleicht die Verteidiger abgetauscht? Und das hilft einem, mögliche Pläne zu identifizieren und auch selbst darauf zu achten, dass man natürlich keine Felder schwächen unbedingt zulässt, wenn es nicht sein muss. Dann... Danke, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr eben den Kommentar da lasst und einen Daumen. Und sonst bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.